Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ha 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 ha. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Dockfest Leipzig mit vier Preisen ausgezeichnet wurde, dadurch auch ein bisschen für Furore gesorgt hat. Ich war generell schon an dem Thema interessiert, auch weil ich vor ein paar Jahren, also ja, eigentlich als das Ganze hier passierte, eine Doku schon zu dem Thema gesehen und besprochen habe, nämlich die Mission der Lifeline. Deshalb war ich mit dem Thema auch schon ein bisschen vertraut. Wie ist es denn bei dir, Sven? Nein, an das Thema bin ich tatsächlich durch die Doku sehr jungfräulich drangegangen. Ich wusste zwar, dass es diese Rettungsaktionen gibt von verschiedenen Institutionen, aber ich hatte noch keine Doku drüber gesehen. Ja, um das mal kurz einzuleiten. Die Mission Lifeline gibt es seit 2018. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die sich gegründet hat, um eben Seenotrettung auf dem Mittelmeer zu leisten im Zuge der Flüchtlingskrise. Also die haben sich selber gegründet. Das sind alles Amateure, die auch nicht großartig eine Ausbildung haben, was Seefahrt angeht. Die haben sich so einen Grundkurs drauf geschafft und sind dann in See gestochen mit einem Schiff oder mehreren Schiffen, die man von Spendengeldern sich ermöglicht hat. Und ja, die haben seitdem schon sehr, sehr viel Arbeit geleistet auf dem Mittelmeer. Und nun eben diese Doku 104 zeigt die Jungfernfahrt eben dieses Seenotrettungsschiffs Eleonore. Und das, ja, wortwörtlich in Echtzeit. Oder wie würdest du das beschreiben, Sven? Ja, du hast ja oben den Timer, der mitläuft. Also nachdem die Flüchtlinge in ihrem Rettungsboot oder, naja, Schlauchboot entdeckt werden, geht es ja dann direkt los. Und die Dokumentation zeigt in Echtzeit mit mehreren Splitscreens, wie diese Rettung abläuft. Genau, Echtzeit ist hier wirklich ganz, ganz groß zu schreiben. Und ja, du hast ja schon gesagt, Splitscreen, es ist eine durchaus ungewöhnliche Herangehensweise. Wir haben insgesamt sechs verschiedene Kameraperspektiven auf das Geschehen, also fest montierte Kameras, unter anderem auch auf der Brücke der Eleonore, wo man auch kurz den, oder was heißt kurz eigentlich die ganze Zeit, den Kapitän des Ganzen sieht, Klaus-Peter Reisch. Und in einem Beilboot, was ja auf dem Mittelmeer dann eben rumfährt, sehen wir die damals gerade mal Anfang 20-jährige Klara Richter, die das Ganze koordiniert auf dem Wasser. Und ja, wir haben insgesamt sechs verschiedene Perspektiven auf das Geschehen am Anfang, nur noch eine, dann schalten sich immer mal wieder mehr zu. Ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, als der Film anfing, dachte ich mir, ja, das ist ja wahrscheinlich nur irgendwie so eine Stilmittel-Spielerei am Anfang. Aber der ganze Film ist so. Ich fand es auch sehr anstrengend, weil du auch zwischendrin immer wieder, dann guckst, was unten ist, dann guckst du wieder, was oben ist, dann siehst du unten halt den Käpt'n, der irgendwie was navigiert, manövriert oder sagt, wir müssen jetzt da aufpassen. Und das war schon sehr anstrengend irgendwann, ja. Und zwar auch sehr, sehr schnell sehr, sehr anstrengend, wie ich fand. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich, ach, es ist jetzt echt schwierig. Ich meine, der Film, der hat Preise bekommen und ich kann auch wirklich nur den Hut ziehen vor dem, ja, vor der Zivilcourage dieser Leute, die das machen, allem voran diese Clara Richter. Ich meine, die ist jünger als ich und hat da wirklich ihr Leben riskiert. Wahrscheinlich auch nicht zum ersten und wahrscheinlich auch nicht zum letzten Mal. Aber unabhängig davon frage ich mich wirklich, warum man das so in Filmform präsentieren muss. Also, ich hatte mal so andere Pressestimmen gelesen und auch die Begründung seitens dieses Dogfest Leipzig. Und ja, das ist irgendwo natürlich ein Dokumentarfilm in seiner reinsten, pursten Form. Aber zugleich auch einer, wo ich mir denke, kann man sowas überhaupt noch irgendwie als Film verkaufen, den man dann auch noch ins Kino bringt? Weil ab einem bestimmten Punkt hatte ich wirklich das Gefühl, ich sehe hier keinen Dokumentarfilm. Ich sehe förmlich ein Schulungsvideo, was Mission Lifeline irgendwie für zukünftige Aktivisten erstellt hat. Oder wie ging es dir da? Also, ich konnte die Intention für Splitscreen schon irgendwo verstehen, dass man zeigt, was für Prozesse gleichzeitig ablaufen. Aber ja, wie gesagt, ich fand es irgendwann einfach zu anstrengend. Wir haben ja auch keine musikalische Untermalung. Also, es wird nicht irgendwie nochmal groß aufgebläht durch irgendwelche dramatischen Klänge oder Musik. Sondern es ist nix. Und einen Einblick in die Rettung zu kriegen, fand ich sehr interessant. Was mich so ein bisschen am Anfang, sagen wir mal, nicht entsetzt hat, aber so ein bisschen skeptisch hat werden lassen, sind, als sie sich dem Boot nähern und Clara dann etwas lauter ruft und sagt, sie sollen sich hinsetzen, wird sie auch ziemlich ordentlich angeranzt. Ja. Wo ich mir da schon gedacht habe, okay, gut, ihr begebt euch auf eine wirklich gefährliche Reise und wollt den Leuten helfen. Mhm. Habt ihr da keine, zumindestens mal, kleine Schulung durchgemacht? Weil so kommt es mir manchmal vor. Ich möchte den Leuten jetzt um Gottes Willen keine Inkompetenz unterstellen. Aber es, aber so ein paar Momente dachte ich, wenn es da eine Schulung zu gäbe, wäre es dann, ja, käme vielleicht, das ist kein anderes Bild, aber ich dachte mir auch, also gerade in dieser Stresssituation, jemanden halt noch so anzuranzen, erzeugt ja nur noch mehr Stress. Und das willst du ja eigentlich rausnehmen. Du willst ja die Dynamik rausnehmen und dass die Leute sich beruhigen und, nein, die waren jetzt auch nicht gerade wild unterwegs, aber dadurch, dass halt in diesem Schlauchboot auch ein Loch, ein Riss drin war und das Ding langsam angefangen hat unterzugehen, weil auch der Motor kaputt ist, dachte ich mir halt auch, ja, weniger Stress ist mehr, meine Meinung zumindest. Ja, nee, definitiv. Also die ganze Situation ist ja schon, ja, also man merkt da auch jederzeit die Anspannung. Da muss ich jetzt allerdings auch mal eine Lanze brechen für diese Clara Richter, weil ich finde eigentlich, dass sie doch relativ kühlen Kopf bewahrt hat. Also die ist ja vorne im Boot, also im vorderen Teil und ist dann dafür zuständig mit den Insassen von diesem Schlauchboot, was nach und nach sinkt, weil die Luft entweicht. Und das sind nicht weniger als 104 Personen auf einem Fleck, der sich langsam ins Meer verabschiedet. Und ich finde, sie hat das eigentlich ziemlich, ziemlich gut gemacht. Also man hat gemerkt, dass die auch durchaus schon darin geschult wurde, zu deeskalieren und irgendwie auch beruhigend auf die einzureden, weil da kann ja auch jederzeit wirklich Panik ausbrechen. Und dann dürfen die ja auch immer nur in ganz kleinen Grüppchen, da steigert sich dann nach und nach so, also weiß ich nicht, erst dürfen eben B6 in das andere Boot übersetzen, was dann anschließend zum Schiff Eleonore gefahren wird und dann wieder zurück. Also die pendeln ja irgendwann nur noch hin und her. Aber da habe ich halt auch echt gemerkt, das ist, also sorry, ohne das jetzt irgendwie despektierlich meinen zu wollen, aber in filmischer Form ist das einfach auf Dauer wahnsinnig repetitiv. Also, also es ist ja, es spricht ja nichts dagegen, sowas irgendwie unverblümt zu zeigen, aber ob ich das jetzt wirklich über die volle Laufzeit sehen muss und gefühlt auch immer das Gleiche, das weckt bei mir auf Dauer wirklich, auch wenn es jetzt hart klingen mag, das ruft bei mir wirklich das Gegenteil davon hervor, dass ich irgendwie investiert bin oder sonst was. Irgendwann war ich einfach nur noch komplett teilnahmslos und habe mich gefragt, das kann doch jetzt nicht hier alles sein, weil der Film hat wirklich gar nichts, der hat keinen Off-Kommentar, der hat keine Musik, der hat keine Schnitte, das ist alles komplett nüchtern. Normalerweise mag ich sowas eigentlich, aber hier hat es wirklich dazu geführt, dass ich irgendwann dem Ganzen, also ich will nicht sagen komplett gleichgültig gegenüberstand, aber dass ich wirklich nur noch so, ja, fast schon wirklich teilnahmslos wurde. Und das ist wahnsinnig bitter bei so einem wichtigen Thema, was vor allem auch dadurch noch für mich erschwert wird oder schwerer wiegt. Das Ganze ist jetzt hier halt auch schon jetzt mittlerweile fünf Jahre her und sie geben sich auch kaum Mühe, mal irgendwie wirklich den Bogen zu schlagen zu den jetzigen Verhältnissen. Ja, was hat sich denn jetzt seitdem geändert? Nee, es wird nur gesagt, die haben dann irgendwann die 104 Personen an Bord und dann, das ging ja auch damals durch die Medien. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, dass denen verwehrt wurde, in italienischen Gewässern anzulegen? Ja, die sind ja da auch, also es wird ja auch in der Doku gesagt, die sind ja da auch fünf Tage lang dann rumgeschippert praktisch und haben einen Hafen gesucht, wo sie anlegen durften. Und weder auf Malta noch in Italien durften die anlegen. Genau. Aufweisung des damaligen italienischen Innenministers Matteo Salvini, ja. Und das stimmt, also du hast auch gesagt, vorher schon bei der Frage, es wirkt halt, ja, ich habe auch tatsächlich irgendwann das Interesse teilweise verloren. Das muss ich wirklich zugeben, weil es einfach immer dasselbe war und ich hätte mir da auch mehr gewünscht, auch vielleicht den Bezug oder dass man dann einen Cut macht und sagt, so und so ist die Situation heute oder man hätte auch diesen, ja, das, was am Ende halt kommt, das hätte mich tatsächlich noch ein bisschen mehr interessiert, einfach wie dann die politischen Verhältnisse damals waren, wie sie es dann doch geschafft haben, in Italien anzulegen, was sich darum, was da außenrum noch so alles passiert ist. Das hätte mich vielleicht noch ein Ticken mehr interessiert und da wäre mein Interesse vielleicht auch wieder zurückgekommen. Also ich dachte am Schluss nur, ach Gott, ist eigentlich schade, dass man da nicht, so böse ich es jetzt anhöre, dass man da nicht mehr draus gemacht hat. Ja, ich habe auch bei mir gemerkt, am Ende, als die ganze Aktion da vorbei ist, da schaltete der Film dann plötzlich in Bilder im Großformat, also ganz normal, setzte dann natürlich auch nicht mehr auf dieses Erzählen von Gleichzeitigkeit, ist schon klar, aber da habe ich dann wirklich gemerkt, oh, warum habt ihr nicht einfach sowas gedreht? Also ich weiß nicht, irgendwie ist man auch mit diesem Prinzip der Gleichzeitigkeit jetzt nicht direkt gescheitert, aber da sind halt auch wirklich viele Stellen, also mir ist es auch wirklich aufgefallen, die haben da sechs Kameras und da sind mit Untermomente, wo du gefühlt wirklich in mindestens drei Einstellungen noch mal das Gleiche siehst und dann frage ich mir, wo ist jetzt hier genau der Mehrwert des Ganzen? Ja. Also das fand ich auch filmisch auf Dauer auch irgendwann einfach wahnsinnig repetitiv und das ist wirklich, also es tut mir auch wirklich leid, dass ich jetzt irgendwie so schlecht über eine Doku, wirklich eine gut gemeinte Doku auch zu diesem Thema spreche, aber das wirklich, es hat genau bei mir das Gegenteil bewirkt und dass ich bei dem Thema durchaus auch schon irgendwie investiert sein konnte, das habe ich eben gemerkt, als ich vor, ja, vor wirklich genau bald fünf Jahren diese Doku, die Mission der Lifeline besprochen habe, die das ganze Thema wirklich aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet, und auch im Hinblick auf die Reaktionen, die der Organisation Lifeline da so entgegenschlagen in Dresden, ne, was ja bekanntlich die Hochburg von Pegida ist und diese Dokumentation ging 70 Minuten und im Nachhinein habe ich mich auch wirklich geärgert, dass ich mir das jetzt hier nochmal angetan habe, in Anführungsstrichen, weil da war eigentlich alles drin, da war eigentlich alles gesagt und statt hier mal irgendwie den Bogen ins Hier und Jetzt zu schlagen, kriegen wir Sachen präsentiert, die halt nicht mehr up to date sind und da hilft es dann auch nicht, wenn man dann am Ende, weißt du, das fand ich halt auch so schwach, wenn man wenigstens gesagt hätte, wir ziehen jetzt hier diese Nüchternheit komplett durch, über 90 Minuten, aber am Ende kommen ja dann doch nur wieder die üblichen Texttafeln und wollen dann was erklären. Ja, und wie gesagt, also in dem Fall wirklich die Sachen, die mich dann danach noch eher interessiert hätten und da wäre, glaube ich, wie gesagt, auch mehr drin gewesen. Auf jeden Fall, also das, also man kann auch gar nicht so viel zum eigentlichen Geschehen sagen, nur, dass es mich einfach irgendwann völlig, völlig unberührt gelassen hat und das bei so einem brandaktuellen, wichtigen Thema. Ich meine, die Situation, die dürfte sich ja kein bisschen gebessert haben mit zwei Kriegen, die in der Zwischenzeit auch noch mittlerweile in Europa oder auf jeden Fall in auch nordafrikanischen Raum auch nun mal ausgebrochen sind. Ja, ich denke, dass das ganze Politikum außenrum, was halt jetzt stattfindet, verschärft das Ganze nochmal. Da hätte ich mir tatsächlich eher einen aktuelleren Bezug auch noch gewünscht. Ja, und nicht Aufnahmen, die fünf Jahre alt sind und ja, gut, also ich meine, ich will jetzt auch, also den Leuten dahinter will ich nichts Böses und ich kann wirklich, ich kann nur meinen höchsten Respekt aussprechen für die Arbeit der Leute hier bei der Mission Lifeline, sei es eben der Kapitän, der ja zwischendurch auch noch mit Bußgeldern belastet wurde von der italienischen Polizei und zeitweise sogar festgenommen wurde unter, ja, fadenscheinigsten Gründen. Da hat sich ja leider auch einiges, naja, auch nicht unbedingt zum Besseren entwickelt in Italien, wenn man jetzt so auf das Meloni-Regime aktuell blickt und deren Verfahrensweise oder wenn man dann jetzt auch hört, was so die Maßnahmen von Großbritannien sind, was hier Nordafrika angeht und so. Aber ich glaube, da gehen wir jetzt auch zu sehr in den politischen Diskurs. Abschließend kann ich sagen, ich bin ganz ehrlich, ich kann da weder eine Empfehlung für aussprechen noch davor warnen, aber wenn man erwartet hier irgendwie wirklich, also wenn man wirklich schon was sehen will, eigentlich so ein bisschen Mission Lifeline 24 Edition, dann könnte man damit glücklich werden. Aber mich hat es wirklich mit zunehmender Laufzeit nur noch ermüdet und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das im Kino gewesen wäre. Also da wäre ich zwar auch nicht rausgegangen, aber das ist, also in meinen Augen ist das auch überhaupt kein Film fürs Kino, oder wie siehst du das? Nee, ich glaube auch, das ist was für zu Hause. Im Kino, ja, wirst du da schon ein bisschen erschlagen. Also von der Bildsprache her. Ja, im Zweifelsfall kann man sich einfach den Trailer ansehen. Da sieht man eigentlich schon alles, was der Film zu bieten hat, mehr oder weniger. Und ja, wenn man dem was abgewinnen kann als Dokupurist oder was auch immer, dann kann man sich den schon gerne anschauen. Ich bin da absolut, also das ist mir zu sehr roh tatsächlich. Und ich weiß nicht, als irgendwie Beitrag der Sammel mal runtergekürzt worden wäre auf 20 Minuten oder so im Fernsehen, das wäre völlig okay gewesen. Aber ich muss doch nicht wirklich sehen, wie die da erst die Schwimmwesten hinbringen und dann wirklich so peu à peu die Leute dann da irgendwie auf das andere Boot übersetzen und dann zum Schiff gebracht werden. Und das wirklich bestimmt bald sechs, sieben Mal oder so. Also das wirkte wirklich so repetitiv und das ist jammerschade bei so einem wichtigen Thema. Es kann sich natürlich jeder gerne ein Urteil darüber bilden, ab dem, wann war das, ab dem 23. Mai läuft der in den Kinos, ne? Jupp, genau. Ja, darf man uns natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde auch schauen, dass wir hier drunter die Besprechung verlinken, die ich damals zur Doku, die Mission der Lifeline gemacht habe. Dafür eine sehr, sehr dicke Empfehlung. Dürfte vielleicht auch irgendwo mal in der ARD-Mediathek zu finden sein. Ansonsten sind wir jetzt an dieser Stelle durch. Sven, war wie immer schön. Nächstes Mal vielleicht zu einer Doku mit etwas mehr Inhalt. Jawohl. War's gut. Ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gerne immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.